Da dies unser Standardkanal ist, wird jedes Video, das wir erstellen, auf diesem Kanal erscheinen. Wenn du einen weiteren YouTube-Kanal erstellen möchtest und dabei das gleiche Google-Konto verwenden willst, das wir beispielsweise vorher erstellt haben, kannst du das folgendermaßen tun. Klicke auf den Avatar oben rechts in der Ecke und dann klicke auf das runde Icon, wo es YouTube-Einstellungen heißt. Klicke nun auf den Link Kanäle hinzufügen oder verwalten. Hier kann man sehen, dass ich schon einen Kanal drin habe. Klicke auf einen neuen Kanal erstellen und gib deinem Kanal einen Namen. Klicke auf Erstellen und dann kannst du deinen Kanal wieder anpassen, indem du auf Kanal anpassen klickst. Ich kann zwischen den beiden Kanälen innerhalb des gleichen YouTube-Kontos hin und her wechseln, indem ich auf meinen Avatar klicke und dann hinunter scrolle. Wenn du wissen willst, wie du deinen YouTube-Kanal komplett einrichten kannst, dann schau dir bitte das nächste Tutorial an, in dem es nur darum geht, wie man einen YouTube-Kanal erstellt. Danke fürs Zusehen!